Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Retro-Videospielkultur. Wir sind hier heute in Age of Empires 1, aber nicht wie letztes Mal im Classic Age of Empires 1. Nein, wir spielen heute die Erweiterung Rise of Rome. Yes, sagt auch Xenoid. Er ist heute auch wieder mit mir dabei. Er spielt heute als Römer. Ich spiele als Ägypter. Und mal sehen, ob er mich auch wie in der Real-Life-Kultur unterjochen wird. Real-Life-History. Ich hoffe mal nicht. Bereits und los geht's. Und wir spawnen da schon. Gut, das ist jetzt nicht mit Nomaden. Das heißt, wir müssen jetzt erst mit unserer... Oh, jetzt hat er mich schon wieder in die Wieste gesetzt. Ich glaube, ich bin. Ja, mir auch. Das ist furchtbar. Söderladen. Wie haben wir das aufgeklappen? So, jetzt suchen wir dann einfach mal... Irgendein Punkt, wo es am besten ist. Preferably einen fetten Wald. Ah ja. Speaking of. Alles klar. Ist das eine Inselkarte oder wie schon was? Ich glaube, das habe ich aufs Mittelmeer gestellt. Also quasi in der Mitte ein Meer. Ah, da ist ein Vault. Mittelmeer. In der Mitte ein Meer. Ja, ernst. Ja. So einfach ist das. Diesmal werde ich mich nicht, wie bei den Persern, landlocken. Sondern ich werde mich ausbreiten. Like ein ägyptischer Pharao, oder? Yeah. Schälsig. Ich störe mal auf neutral. Nicht, dass ich automatisch wieder attackiere. Ich mache noch ein kleines bisschen leiser, weil das soll ich schon immer noch hart. Scheiße, die Musik. Aber da gibt es jetzt auch ein neuer Soundtrack. Oh yeah. So, jetzt war etwas, was baue ich denn. Das erste Mal bauen wir uns ein paar Sehne. Ah ja, da kann man jetzt auch zweimal oder dreimal draufdrücken. Das ist richtig geil. Scheiße, ich habe keine Nahrung mehr. Gut, dann darfst du jetzt gleich mal Holzfälen, Bo. Bo. Der sind zwei Holzfälen, du darfst auch. Boah, wir schwimmen jetzt nur noch die Erweiterung. Ja. Es ist so viel komfortabler. Das stimmt. Also der Typ, der da draufkommt, der braucht, der muss einen Nobelpreis kriegen. Ich glaube, der lebt schon gar nicht mehr. Was bist du denn jetzt für ein Scheißviech? Was? Wir Schaugriffen. So ein Mistviech hat mich angriffen. Furchtbar. So, du tust jetzt mit dem Mistviech da. Hier. So, dann brauche ich nochmal so einen Spasten. Ja, das ist Midi-Clar wieder mitgegangen. Jetzt dürfte es ja eigentlich gut sein. Jetzt ist es ja nicht mehr von Vodafone Netz auf Telekom. Stimmt, jetzt ist Telekom auf Telekom. Jetzt ist das Telekom auf Telekom. Jetzt dürfte es eigentlich. Dürfte, ja. Okay, 120 für den Korn speichern. Ähm. Und was braucht man da? Was ich aber jetzt einmal tun werde, ist... ...neue Nahrungsquellen erst einmal erschließen. Zum Beispiel dieser. Das Viech da ist kreislich. Nicht genug holz, das ist schade. Du musst jetzt auch das Viech umbringen. Ich möchte da irgendwo ein Meer haben, weil... ...dann kann ich einen Hafen hinstellen, gell? Genau. Ich habe schon eins gefunden, ja. Da werde jetzt gleich... ...irgendwann einmal, wenn ich Holz habe, einen Hafen hinstellen. Ich habe so viel Holz schon, Alter. I know. I know. Ich glaube, ich gehe jetzt immer runter mit einem Schälsicken-Kumpanen. Weil, ich meine, ich bin... ...ich bin irgendwo auf der Karte, ne? Irgendwo. Ich sage jetzt nicht, wo ich bin. Ja, ich kann mir das vorstellen, wo du bist. Ach so, bist du da, wo ich glaube, dass du bist? Ja, ich habe ein Meer gefunden. Schälsick, da baue ich gleich meinen Hafen hin. Der Typ ist einfach mal fast hin mit dem, wenn ich es gerade baue. Sehr gut. So, was machen die anderen Buben? Ach, ein wenig alle Viecher killen. Was? Was ist jetzt das? Stopp. Warte mal, ich schaffe das, ich habe gar nicht geschissen in einem Dorfbewohner mehr. Warte, stopp. Erschaffen. Sie müssen mehr Häuser bauen. Oh, ups. Hm, jetzt bei mir. Schau, du baust jetzt einmal ein paar Häuser. Da baust du dann, sehe ich. Ah, der braucht lange. Ja, lecker. Hast du eigentlich deine Folgen schon hochgeladen oder eine Folge schon hochgeladen? Nope. Alles noch auf der Festplatte. Ah, schön. Du, mit meiner Leitung, mit meiner DSL 16.000 hochgeladen. Ja, wahrscheinlich. Spaß, Alter, Spaß. Kann man nichts Geiles vorstellen. Dann hat man auch noch lauter Connection Problems, Oli, fünf Sekunden. So, du machst mir jetzt mal ein Fischerboot. Du baust mir jetzt, was baust man denn du jetzt nicht? Oh, du bist ein Löwe. Ja, lecker mir. Ja, schon fast einen Typen von mir gefressen. Oh, so einer frisst jetzt gerade einen Typen von mir. Nicht so schön, sick. Ey, Typ, du musst jetzt da abholzen. Los. So muss, ja genau. So, du Fischerboot, du gehst jetzt da hinten hin, weil da ist ein Fishing-Spot. Alright. Und warum tust du nichts mit mir? Er will nicht. Was ist denn das überhaupt für Viech da ist das? Ja, das ist so eine Parzelle wieder. Kann man das essen? Ja, dann bringen wir jetzt mal den Typen da oben. Brauch aber mehrer Typen jetzt halt. Ich mach mir noch zwei Typen. Hau zu drauf, boom. Boom. Ha. Und, dude. Ah ja, da ist schon wieder so ein Typ. Alright, was bauen wir uns denn cooles? Kein Speicher, kann ich mir gar nicht leisten. Scheiße. Gut, dann gehst du gleich mal Holz hocken. Wenn dem man Konzbeier nicht leisten kann, dann müssen wir wieder mehr Holz hocken. Du gehst zuerst mal da her. Halt, na, du brauchst mir zum Konzbeier. Halt, na, du brauchst mir zum Konzbeier, hörst. Bauen wir mal einen Konzbeier, du Sau. Jetzt bist du gut. Bauen wir den Konzbeier hier, wo? Wo sind denn da bloß, dass ich... Oh, schade, mehr. Oh, leck. Was? Zwei Meere. Ja, nein, ist das gleiche, aber das ist so riesig. Riesig. Nicht genug Holz, äh. Mama. Da ist erst einmal ein Krokodil. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich weiß. Oei, da haben wir 5.000. Ja, geh halt zu dem Nattern hin, Buu. Es gibt anscheinend große Fishing-Spots und kleine. Hast du das auch schon aufgefallen? Ich muss schon, ja. Und es gibt da verschiedene Fische, zum Beispiel. Du bringst das Viecher jetzt hier unten. Wale und Lachs und sowas. Und Lachs, jetzt hat es bei dir aber auch gedingst. Sorry. Gespackt. Ja, ich mach gerade noch einen Upload. Aha, was lässt du den Hochdief folgen oder was? Nein, was anderes. Hm, okay. Aber Kasernen wollen sie noch bauen. Kasernen, ja, stimmt. Howl, shit, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir brauchen die Holz für 125, 122. Ach, okay. Schelssieg, alter, Schelssieg. Das Baumerklein am Dorfzentrum, äh, war sie auch nicht. Pff, dann hat das vielleicht Vorteile. So, du, was machst du? Keine Ahnung. Du bringst das Viech da, bringst du in mir in den Kornspeicher. Oder was auch immer. Nein, Lagergrube brauchen wir auch noch. So, du Schelssäcker Typ. Du musst jetzt in einer Lagergrube bauen. Wie viel, in der Ahnung rein, 500, nein, ich hab eh gleich. Dann sind die Ägypter in der Jungsteinzeit. Bist du eigentlich schon in der Jungsteinzeit? Nein, nein, nein. Schwarz, jetzt sind die Ägypter gleich in der Jungsteinzeit. Du musst die mal schicken da. So muss, genau. Schick, schick, schick. Ich muss mehr auf Fisching setzen. Ich muss viel mehr auf Fisching setzen. Weil die Viecher da umzubringen, da gehen mir gleich die ganzen Viecher aus. Das lohnt sich nicht. Und außerdem braucht es jetzt mal einen Villager. So, du fährst jetzt, wo fährst du jetzt hin? Da hinten hin. Ah, bauen wir nochmal ein paar Fischerboote. Die bringen's. Den bauen wir gleich noch zwei. So, und du, was bist du jetzt? Du bist der Typ, der vom Löwen angefallen wurde und halbwert verregt, also fast ganz verregt ist. So, jetzt müssen wir das zur Streitachstweire entwickeln da. Den geschießt noch nicht. Ähm. Dann haben wir da noch ein Lagerkriege. Weil sonst bringen sie nix. Ich mein, wenn ich nicht nochmal eine Streitachstweire habe. Wann oder nein? Was ist das gleich wieder? Ah ja. Ja. Wir haben ja genug Fischingspots für alle. Die sind da echt sehr großzügig vergeben. Glücklicherweise. Du gehst her und baust mir. Was baust du mir? Hm. Du baust mir jetzt. Dann mag bloß einmal. Irgendwo, wo's keinen interessiert am besten. Da. Schicken wir ihn hoch. Dann brauche ich nur mal was. Dann brauche ich eine Bogenschießeranlage. Dann brauche ich nur mal was. Kommisch. Na, du bist die Kaserne. Die brauche ich nicht. Okay. Na, halt. Warte, 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 warte. Du baust mir nämlich nochmal an. Da hinten. Du baust mir auch nochmal an. Wenn ich genug Holz hab Tyri-li-tyri-la Tyri-li-tyri-la Oh, jetzt hat Was ist ein Tyri-li-tyri-la? Nichts Ah, jetzt hab ich wieder genug Holz Du baust mich auch nochmal an In Ägypten, am fruchtbaren Nil wird jetzt dann sehr viel Zeug angebaut Genau So, ich brauch mir da wie Lager So, ich brauch mir da wie Lager So, ich brauch mir da wie Lager Weißt du brauchst Viagra? Oh, ja Genau Ja, sagt er Komm es So, ich Der Busch muss weg Mein Motto Mein Motto Yes Yes, sagt er yes Da unten, wenn kein Lagerkrum ist, ich sag's euch gleich Da, bau's einmal Da, bau's einmal Da, bau mal g'scheit Lagerkrum Hm, scheiße Bauen wir mal, schnell ja Bauer Jetzt komm baust du mir gleich eine Punktschirsanlage Und nochmal was und nochmal was Das brauche ich noch Das brauche ich noch Noch ein paar Heißerl Pommes Okay Pommes Yes, yes Yes, 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 yes Die Musik, sie lebt Die Musik, sie lebt Du baust, was baust du mehr? Du baust du mehr? Du baust du mehr? Oh nein, schon wieder nicht genug Halt Bei mir genau ist das Vor allem Oh, ich hab noch gar nicht geschaut, ob ich da ein Gold irgendwo hab Oh nein Oh, bitte nicht, wie letztes Mal, dass ich kein Gold hab Das war ja vielleicht ein Albtraum, ey Das war ja vielleicht ein Albtraum, ey So, wir tun nix bei euch Ah, ihr Fünfe dort Einfach mal gar nix Super Herzlichen Glückwunsch, gell Nein, da oben ist ja nix Aber Gold könnte da oben noch sein Oh, was hat denn jetzt einen Sound gemacht? Nix, cool Bitte, Gold, bitte, 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 bitte Nein, Deutschland Oh, Gott, da ist kein Gold Oh, Gott, da ist kein Gold Oh, Gott Oh, Gott, ja, ich hab kein Gold in den Gold Oh, nein, nicht schon wieder Ich raste aus mit dem Spei Wo ist denn da ein Gold? Da unten, oder was? Wo ist denn da ein Gold? Da unten, oder was? ẽoz Jürü Games ist das Gold Your Games ist das Gold Schleuder Dienst Surkass Einfach im Pro respect Und wo ist es der Typ eigentlich der da rum rumlaufen soll der ist jetzt mysteriöserweise verschwunden danke fürs Gespräch Typ ja leck die Rohstoffe sie sind nicht aufzufinden überhaupt ja irgendwie haben die auch keine Rohstoffe was du hast ein Problem? Hast du auch kein Gold? Du Löwe! oh fuck da ist ein Löwe! leck 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 leck. Jetzt kann ich ihm auch nicht mehr helfen Jetzt ist das tot Oh, jetzt ist es tot. Was ist bei dir? Die Löwenöwe, kurz fix. Aber echt, die Nerven.